Moin moin und herzlich willkommen aus der Hölle. Heute wollen wir mal wieder ein bisschen Diablo spielen und der letzte der noch steht, der bleibt am Leben. Also nach einem kurzen Intro geht das los, bleibt dran. So, wir werden jetzt durch die Hölle metzeln und dabei werde ich das R auf übelste Art und Weise rollen. Wir müssen noch ein paar Dämonen töten. Ein bisschen den Knüppel schwingen. Schwingen, da ding. Ach du, Schiete. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist mit euch nicht richtig, Alter? Ja, das wird jetzt böse hier. Da ist auch wieder so ein dicker Ball, ne? Ja, und jetzt von zwei Seiten, da wieder. Schweinebacken. Aber die sind alle mal eben umgeklappt. Sehr gut. Stygische Hexe. Ja, das ist hier so ein Scheiß, mit dem man beschmissen wird, ne? Geht gar nicht, Alter. Ach, da ist auch wieder so ein dicker Ball. Wo ist denn? Da war ein dicker Ball. Toter dicker. Er hat Beben in China ausgelöst. Muss auch gleich nochmal wieder nachreparieren, mit Schwertchen hier. Aber hier, das geht hier, geht gut, ne? Wenn ich hier sterbe, Alter, dann spiele ich Elden Ring. Sag ich euch. Soll ich das ja nicht mal zocken? Nehme ich das auf? Ja. So, jetzt komm raus, ihr Lappen, Alter. Steht doch nicht hinter der Wand da. Loh, E-Beams, 1 Weser. Nö, die gehen auch. Ne, 3 Champions hier. Komm. Ausfuhr, E-Boot. Oh, das ist eine Tür, ohne Bein. Tür? Ja, der Mann, Tür. So. Wieder ein bisschen was vollgemacht. Pass. Kann man so mehr Streit suchen. Diese, also diesen Abend, wo ich jetzt aufnehme, ach du, fuck, ey. Das coole ist, je mehr Gegner da sind, desto mehr klatscht das hier. Also ich muss da noch ein bisschen rumlaufen, dann fallen die schon fast von alleine, ne? Eigentlich ist das eine geile Farmart, so. Schädig der Flammenwerke, Krummschwert. Ja, 1 gerade gebogen. Also wenn man da sich nicht, wenn die Aura auslöst, das haut schon gut rein, ne? Guck mal, wenn ich jetzt hier so rumlaufe. Geht mir fast schon von alleine. Muss einfach nur am Leben bleiben hier. Das ist eigentlich voll arschig von mir. Oh, ein Diamant. Identifikationsrolle. So. Gehen wir mal hier rein. Hallo. Also die kriegen wirklich auch nicht eine Damage, ne? Jetzt muss ich mir, ich will mir das... Ich warte jetzt einfach mal, der haut mich. Na gut, Blaze, die Blaze schießt natürlich auch drauf, denn... Gibt es da auch noch ein bisschen Klatschen. Aber die müssen schon eine Sichtlinie haben, sonst geht das nicht. So. Ach, ein bisschen Gold. Das brauchen wir auch. Da habe ich keins mehr, ne? Achso, das brauche ich nicht. Gefangene Seele. Scheiße, wo war ich jetzt liegen geblieben? Achso, genau. Ich sagte, wenn ich tot bin, dann spiele ich Elden Ring. Hätte ich schon mal voll Bock darauf, irgendwie das auch zu spielen. Ich habe aber noch nie einen Souls-like gespielt, ne? Ich bin da, glaube ich, auch kein guter Kandidat für. Da kann man sich schnell ärgern, habe ich, glaube ich, so. So. Der Flammenfluss. Da müssen wir auf jeden Fall runter, das ist auch in Ordnung. Das passt auch. Wir haben noch drei Tränke, haben wir noch. Können wir den auch gleich nochmal leer machen. Den Flammenfluss. Aber vorher räumen wir hier auf. Wir räumen auf. Und düsen ins Haus. Das ist der große Schritt. Mit dem Knüppel. Also dafür, dass wir immer gedacht haben, direkt beim Schmied ist vorbei. Ich überlebe den ersten Boss nicht. Leben wir noch verdammt lange, ne? Kettenpanzer, Brustpanzer. Komm aber auch frei. Hm. Hallo, Joe. Also wenn du dich durch Dämonenhorn schnitzest, dann brauchst du auch kein Fitnessstudio hier. Schlüssel, Pfeile, blub, 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 blub. Das ist ein bisschen Gold. Ja, so. Hier sind noch drei, vier Bobbys hier. Den machen wir auch weg. Nehmen wir mal den. Grubenfürst. Der Grubenfürst. Scheiße, mein Schwerf ist kaputt. Egal, töte mich. Jetzt werden wir die Dämonen ohne Schwert. So. Juwe. Oh ja, das ist cool. Ein Juwe ist immer gut. Dann wieder zurück, ne? Habe ich gehört, so. Müssen wir mal wieder mal mit Waffe wieder richtig hinklöppeln, ne? Gemmela. Weg. Achso, das muss ja erstmal... Ja, ich weiß, ich könnte zu Kayn gehen, aber das ist egal. Ja, das ist saugeil, das Schwer. Das habe ich... Ich weiß aber nicht mehr, wie lange ich das schon habe. Lange. So, voll gemacht. Repen. Eminem hatte bestimmt auch keinen Bock mehr auf Diablo, auf das ganze Rappen. Den da. Den da. Den habe ich gar nicht mehr gehabt, ne? Ne, das sehe ich gerade nicht. Ne, die fehlt jetzt tatsächlich noch. Aber die richtig geilen Runen, die kommen dann ja erst später, ne? Also, das dauert dann noch ein bisschen. Wie lange haben wir denn schon? Sechs, ach da haben wir noch vierzehn Minuten rummelig. Können wir hier nochmal ein bisschen was zerkloppen? Die kann ich mich auch gar nicht mehr so richtig erinnern. Die sind auf jeden Fall nervig hier, die Besser. So. Oh, die ist ja noch richtig viel. Also, ich dachte, der wäre gar nicht mehr so... So viel. Vielleicht Zauber? Ah, so ein Zauber, der mal droppt, das wäre jetzt geil irgendwie. Hallo? Okay, check. Schlechte Dämonen-Lederhandschuhe, ja. Ich habe mir ein Kumpel das Fell über die Ohren gezogen. Oh, Diamant. Komm schon. Ja, er kesselt mich ruhig ein. Schau zurück. Oh, ein Juwel? Das ist sogar gelb. Blitzwider... Oh, Mann, Alter, der ist einfach mal geil. Blitzwiderstand. Das ist mal ein fettes Juwel, oder? 26er Blitzwiderstand? Halleluja. Halleluja. Der Mann, der... Oh, der ist eigentlich so geil, ne? Sowas droppt nur selten. Ups. Lüchen. Oh. Das wäre jetzt fast mal ein Ableben gewesen. Wenn ich weniger Leben gehabt hätte, dann... Ach, du Heiliger. Ein feuriger Tod, ja. Fuck it, ey. Oh, Mann, das... Naja, war nicht ganz so minimal, aber... Der... Das wäre bitter gewesen. Nicht jeder schreien will gestreichelt werden. Vom Schreien, zum Schreien. Denn er ist tot. Paladin. Die Angst läuft jedes Mal mit hier in der Hölle, ne? Also nicht die Angst vor den Dämonen, sondern halt einfach absinne will. Ey, guck, fall doch um da, der zu viech, ey. Zack, zack. Sofstrau in den Stadtportals. Muss ja gleich schon wieder los und Tränke kaufen, alter. Auf Softcore mach ich das nicht. Dann nimmst du ab und dann musst du einfach nur zu deiner Leiche wieder hin. Dann ist gut, oder? Okay. Das ist ein ätzend. Ja, doch hier auf der Ebene geht das aber gut mit dem Aufleveln. Gefällt mir. Also ein so ein Run und ein halbes Level auf jeden Fall tue ich. Das ist so ein Höllen Run, ne? Für EP-Dumping, EP-Sammeln und so. Erstaunlicherweise mag ich das eigentlich auch so ein bisschen. Das habe ich in diesen alten Asia-Games auch immer sehr gerne gemacht. Aufgelevelt. Einfach nur stumpf, Mozart gekloppt. So. Stumpf ist Trumpf. Deswegen so ein bisschen Grind, das stört mich auch gar nicht. Sei denn, das ist so offensichtlich und mega viel, dass du überhaupt gar keinen Progress hast. Oder auch keinen gefühlten Progress, ne? Das ist so der Tod eines jeden Grind-Games. Was haben wir? Gold haben wir. Ah, ich muss gleich wieder mal voll machen. Aber das gab jetzt eine ordentliche... Und nicht einen Schwung, ne? Drei Tränke. Ach komm, wir gehen mal runter. Der Flammenfluss. Das finde ich eigentlich optisch sehr geil hier. Oh, der ist ein dicker. Scharfer Schenkel, Alter. Du Hähnchen. Nicht, dass der scharfe Schenkel mich jetzt hier zerquetscht oder so, ne? Steppt doch endlich. Du Wade. Oh, ein Morgenstern. Oh, Treffer schlägt Monster in die Flucht. 100%. Schaden gegen Untote. Will man da Morgenstern in der Flamme? Das muss ich eigentlich mal austesten, ne? 10 bis 7 bis 6. Ach, das muss ich mal testen. Scheiß drauf, ey. Das ist vielleicht nicht der geilste Ort, um sowas zu testen. Oh, egal. Helle Bade. Wenn es eine helle Bade gibt, gibt es eigentlich auch eine dunkle Bade. So. Ah, ah, ah. Ach so, scheiße. Oh, die tun weh. Das ist ja lustig. Die rennen vor mir weg. Aber das finde ich irgendwie doof. Die machen Aua. Den finde ich nicht so gut. Ne. Das ist besser hier. Ey, hier ist wieder so gefühlt, dass da richtig viel Damage reinkommt, ne? Alte Schwede, das gibt's doch nicht. Mann. Ich will doch nur Diablo umkloppen, damit ich in den fünften Akt komme. Mehr will ich doch gar nicht. So. Hier sind wir auch wieder welche. Ja, weil die hier beschussen, ne? Beschussen dieses komische andere Zeugs. Das ist halt ein bisschen doof. Ne, nix identifizieren. Stadtportal. So. Mom, mom. Ne. Vollgemacht. Der kann weg. Ja, der bringt ein bisschen Gold. Pestalis, den werde ich auf gar keinen Fall verkaufen. Der kommt in die Küste rein, weil so viel Blitzwiderstand, das findest du auch nicht bei Netto. So. Mobs. Was haben wir denn noch? Was ist denn Giftwiderstand? Plus 30. Mana. Die anderen Mana regenerieren. Feierwiderstand. Guck mal, der wäre auch nochmal geil, ne? Rahlruhne. Wobei, den hätte ich in Helm reinpacken können. Das wäre auch richtig gut gewesen. In den Helm. Das ist jetzt eh auch vorbei. Es sei denn, ich würde mir jetzt hier tatsächlich die umtauschen. Ähm. Gegen eine andere dicke Rüstung. Lockchance. Aber die habe ich auch nicht so richtig, ne? Da ist kein Sockel drauf. Da ist auch kein Sockel drauf. Da wäre aber nochmal wieder Widerstand. Da ist nix. Und jetzt shit und schwer tausche ich auf gar keinen Fall aus. Hände. Hände wären vielleicht auch nochmal nicht schlecht. Oder Le Pflege. Ja ne, Le Pflege geht nicht. Hände. Aber wo habe ich denn Hände? Äh, nirgendwo. Keine Hände. Keine Hände. Hm. Ne. Der Gürtel bringt nichts. Äh. Ne. Doch da hätte ich Hände. Aber, ja, es hat kein Sockel drauf, ne? Weil der eine hat 27, ne? Und der andere hat 20 Kälte Widerstand, ja. Deswegen habe ich den damals nicht genommen. Egal. Wir können doch nochmal ein bisschen, ein klein wenig grinden. Dann. Das passt, glaube ich, auch ganz gut. Ich hoffe, ich habe noch Stadtportale. Darf ich jetzt? Vorhin waren es noch sieben. So, kipp um da jetzt. Gruben fürcht. Fürcht das Grubikus. Ah, die liebe ich auch. Die Ritter des Abgrundes, alter. Scheiß Kerle. Okay, jetzt nur ein kurzer Kampfbogen. Mal gucken. Vielleicht kann Gebläse den bekommen. Ja, identifizieren wir. Oh, ja. Ähm, U war das, ne? Ne, U. Oh, wie. Was sind die beiden? 6 bis 15. Der ist ein bisschen geiler, ne? Giftschaden, abgesaugtes Mana. Mehr Angriffswert. Wo ist ein Schaden da? Der ist gut. Ja, und der ist besser. Dann kann ich den anderen kaputt verkaufen. Liftschaden über 3 Sekunden. Ja, komm, das könnte vielleicht sogar ganz gut sein. So. Gehen wir mal weiter hier. Oh, halt. Karte wieder einblenden. Rubin. 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 So, wo muss ich denn lang? Jetzt hier. Da. Und die sind böse. Autsch. Hier steigt die Anspannung schon wieder. Muss ich gestehen. Weil das ist hier. Ich mag diese Stelle eigentlich irgendwo nicht. Das sieht zwar optisch total geil aus. Warte mal. H war das, ne? Ne. Was? G? Früher sah das so aus hier, ne? Arzt, Alter. Die Augenkrebs. Deluxe. Ich hab letztens aus SimCity installiert. SimCity 2000. Dem einen oder anderen sagt das vielleicht sogar was. Das hab ich nämlich früher auch gerne gesucht und super viel gespielt auf so einem 13-Zero-Monitor. Und da sah das echt geil aus, ne? Heutzutage ist das Fenster so klein. Auf diesem, auf diesem Odyssey G9. Das ist der Wahnsinn, ne? Kannst du 30 Mal das Spiel eröffnen auf dem Monitor mindestens. So. Wenn nicht sogar noch mehr. Bop, 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 bop. Bisschen doof ist, dass die Halle tränke. Aber hier kann man gut farmen, ne? Ich glaub, das müssen wir hier, müssen wir nochmal ein, zweimal farmen oder so. Der Flammenfluss. Ähm. Ja, das hab ich auch gerne gesuchtet früher. Das war ein so geiles Game eigentlich. Ja, hast du irgendwann nachher die ganze Stadt abgerissen. Oh, Erfahrungspunktisch rein. Die ganze Stadt abgerissen. Und, ähm... Hier diese Superhochhäuser gebaut. Super toll. Wo so eine halbe Million Menschen reingepasst hat. Oder 50.000 pro Haus. So. Lass mich in Ruhe, ihr Dämonen. So, schwere Axt, Bolzen, Gold, Goldbolzen. Hier müssen wir hin. Das sieht gut aus. Müssen wir ja gleich auch hier... Ja. Das Miese ist, dass die so richtig dreckig, heulig hier eigentlich alles schmeißen, ne? Ein Zeug, was es gibt. Gift, Blitz, Feuer, kalt, Arsch, kalt. Ja, mein Schwert ist schon wieder kaputt. Scheiße, ey. Die hält nix aus. Das alte Kristallding. Das mochte ich bei eh so immer. Die Glaswaffen, oder bei Elder Scrolls. Die Glaswaffen. Die fand ich immer mega geil. Dritten Teil Morrowind und den Gibi. So. Einfach so die Optik, ne? So. Ne. Gib dir so um. Aber ihr habt gesehen, ne? Drei Stück von denen einmal alles ins Gesicht kriegen und schon ist das Leben halb weg. Axel. Axel im Walde. Wo gibst du denn das in der Hölle? Ich muss überlegen, mit was für einer Sünde würde ich eigentlich in die Hölle kommen. Für sich jetzt gar nicht. Wirst du mir wahrscheinlich den ganzen Tag Helene Fischer anhören. So. Widerstands los. Komm. Alles war böse. Alles unter 50% live ist total doof. Oh ja. Hier gibt es echt EP. Also hier und das davor. Ich glaube, dann werde ich in der nächsten Folge mal eine Farmrunde einlegen. Dann kommt sich das mit Level 30 auch gut hin hier. Flammen Fluss. Genau. Warte mal. Da würde ich jetzt einmal gucken. Stadt der Verdampen. Ja genau. Das ist das doch. Stadt der Verdampen. Flammen Fluss. Der Weg dahin ist doch super. Adriel. Lass mich durch. So geht nun in das Lager des Schreckens. Prügelt euch da mal ein bisschen rum. Aber ich habe auch noch zwei Tränke. Komm. Die zwei Tränke verbrauchen wir jetzt noch. Und dann knüppeln wir die hier noch weg. Da haben wir drei Tränke übrigens. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Glück. Und das droppt was. Oh. Könnte. 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 Sie macht auch soliden Damage inzwischen. Okay. Pass. Das passt auch. Gut. Ja ich glaube das ist gar nicht so unsinnig. Da noch einmal durchzulaufen. Einen Trank habe ich noch. Ja hier gibt es dann noch mal eine schöne große Gruppe. Noch brauche ich das nicht. Gift First. Ja. Meine hier war auch ein Neyman mit dabei. Gift First. Es ist sehr gewagt jetzt was ich hier tue. Aber gut. Sense. Heil. Trank. Plattengürtel. Kriegsschwert. Breitschwert. Sense. Die kann ich gar nicht mehr mitnehmen hier. Sense. Was bringt denn die an Kohle gleich? Steht da nicht ne? Scheiße. Der bringt doch bestimmt mehr der Bogen. Ähm. Haben wir noch irgendwas? Ne. Zack. Okay. Porten. Guck mal 6. 6 Schriftrollen haben wir noch. Aber das passt auch wieder ganz gut von der Zeit her. Können wir nochmal rappen eben. Yes. Ich glaube das ist eine coole Idee da nochmal einmal mit Farm mäßig durchzuteln. Haben wir nämlich auch fast unser Level durch. So. Das machen wir den weg. Und das füllen wir wieder auf. Aber jetzt habe ich nämlich kein Gold mehr fast. 2000 Gold wieder. Ja okay. Den Rubin verkaufen. Dann ist es für ein bisschen mehr. Von dem kriegt man auch ein bisschen was. Schlüssel. Scheiße auf den Schlüssel. Alter. Und hier könnte ich eigentlich auch noch zwei kleine reinpacken. Ich glaube das mache ich nochmal. So. Einfach nur um ein bisschen Platz aufzufüllen. Halt. Hatte ich nicht noch welche. Ich habe gar keine. Ich habe gar keine. Gar keine. Da bin ich blind. Keine Zauber. Also die habe ich alle schon verkauft. Na gut. Kann ich nicht. Nee. Anders sortieren macht auch keinen Sinn. Ähm. Cool. Wieder eine Folge überlebt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis einer stirbt. Falls du kein Video mehr verpassen möchtest. Einfach da oben den Kanal abonnieren. Coole Sache drauf drücken. Glocke aktivieren. Dann kriegst du immer wieder ein neues Video. Was ich hochgeladen habe. Und auf der Seite siehst du einen neuen Video Vorschlag. Und auf der Seite da drüben habe ich alle Videos in einer praktischen Playlist zusammengefasst. Schaust dir einfach mal an. Ich würde mich darüber sehr freuen. Ich würde mich darüber sehr freuen.